hallo leute hier ist der so wieder am start so ich bin zu hause wie ihr seht also jetzt ohne greenscreen ich habe auch nicht meinen pop schutz dran ja aber ich denke so krass soll das jetzt auch nicht den unterschied machen so ich habe mit dem account muss ich echt sagen also jetzt also heute habe ich urlaub gerade morgen geht es wieder ganz normal los aber gestern echt während der arbeit echt übelst getackelt also wirklich zack 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 ich glaube im locken müsste man es noch sehen ging richtig böse ab also echt hier gucken wir mal verteidigung egal so angriff gucken wir uns nur mal kurz so durch da habt ihr halt wirklich gesehen was für sich mindestens alle halbe stunde bm 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 also richtig rein und entweder halt rathaus gezogen weil ich mir dachte kommen ein bisschen höher musste gehen oder eben ein bisschen loot genommen und ich kriege wieder ein nachricht cooles ding ja kriegen wir schon so so viel zum thema gefakter sound nee ja also wie gesagt das lief ganz gut das fand ich ziemlich nice so jetzt habe ich natürlich das problem alles ist am arbeiten ich habe mir auch die 35k für den king geholt ja so was macht man jetzt jetzt spielt man rum so da 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 nix aber das wäre ja gar nicht das problem beziehungsweise soll ja auch gar nicht problem sein weil wir können ja noch mal abchecken was bei dem youtube-clan los ist und dazu mache ich mal folgendes es ist genau ich habe nicht daran gedacht aber es ist ziemlich geil das geht gar nicht ich bin halt wirklich auf inaktive aus oder halt wirklich rathaus draußen dass man da ganz easy ziehen kann und fertig nimm mich mal an zack ich hoffe es hell genug ist nicht zu dunkel und wie auch immer aber das ist eine einstellung sache ganz klare geschichte so hier 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 müssen wir irgendwo der townhall haben genau ziemlich geil und ach so nebenbei ich war habe gestern ich glaube gestern war es oder war es heute ich weiß nicht ich habe gestern oder vorgestern oder heute ich weiß nicht noch mal ein video von fred gesehen mit dieser unsterblichen queen also mit der queen heiler taktik halt und ich muss echt sagen also ich würde ihm wirklich super super gerne noch mal ein video direkt zu sagen auf den leib schneidern weil ich fand es so geil dass eben auch mehrere geschrieben haben naja hier guck mal bei bruce war vorbei ja weil die die taktik hat wirklich ganz ehrlich echt mega läuft also ich kann mich damit absolut gar nicht beklagen und ganz ehrlich hier könnte man auch was machen hier kann man auf jeden fall hier da ist zwar nicht wirklich was drin aber ich würde gerne Rathaus ziehen hat da einen ballon drin Der ballon hilft aber nicht viel ist natürlich krass aber sobald die genau genau richtig sobald die halt den fokussiert haben ist da ende wie gesagt ich hoffe dass mit dem pop schutz halbwegs okay ist also ohne pop schutz ich würde nämlich gerne gerne das jetzt hier momentan ohne pop schutz machen aber wenn das halt wenn ihr sagt oh das ist ja dieses P hört man total krass dann nehme ich das wieder raus also nehme ich das wieder rein mit dem raus machen jetzt da aber die troops zu wasten erscheint mir nicht so doch doch mache ich weil wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege es war ein townhall achter er kann nur drei gold lager haben und eins davon ist schlecht somit sind zwei der rest des loots im bereich gold und somit kriege ich ja nun fast 90k da raus und ganz ehrlich das mache ich dafür haue ich meine bogies kurz raus das stört mich jetzt nicht so sehr und da denke ich mir halt einfach wirklich den loot nehme ich dann mit weil wo kriege ich sonst mal in anführungsstrichen so easy den loot her passt alles easy als schön 90k oh wer hat's gesagt klar so wir sind immer noch nicht drinnen nova was soll das ich wollte video machen das hätte mich ja jetzt aber nichts desto trotz ähm lesezeichen äh und zwar kleinen moment youtube minus minus ich mache das trotzdem nochmal weil ich jetzt momentan in den anderen nicht reinkomme ansonsten wie gesagt ist das nicht der fall aber ich gucke mal vielleicht hat trotzdem noch einer gepostet und dann ist das natürlich euer glück gewesen sag ich mal aber dann wird er mir bestimmt gleich eine einladung schicken der echt ist auch eine coole nummer ein cooler name achso hier ist ja wieder wartet kleinen moment hier ist ja weil ich es gerade mit dem andy mache aber das geht das ist okay ähm ja halt nur ah jetzt wird's ah ok ich seh's gerade jetzt kommt gerade die sonne raus und das ist ja mega gay ich muss mich dafür entschuldigen ich hab oh übel die facecam sind mir ja fast gar nicht mehr ähm egal ich bin auch nicht so wichtig ich meine ihr hört mich ja am quatschen das reicht ja oh krass da seht ihr mal was sonne ausmacht egal who cares so war ein schöner 100er ab geht's nach hause gucken wir mal was wir hier noch haben 700k auf jeden fall cool oh yeah richtig schön inaktiv ich ah jetzt hab ich's raus also wer's bei andy noch nicht auf der reihe gekriegt hat mit dem zoom weil es ein bisschen durcheinander ist zuerst steuerung drücken dann nicht die maus drücken und dann wenn man die zum beispiel auseinander hat also ich ich mach das jetzt hier aus ihr seht das ja auseinander und dann kannst du die maus drücken und dann ziehst du das ineinander alter die facecam ist ja egal auf jeden fall ist es ein geiler loot schade ganz ehrlich hier ist es echt schade hier nicht den dunklen gekriegt und auch hier nicht wie gesagt loot mäßig vollkommen cool aber mit dem king wäre ich ganz ehrlich wäre ich in so einen bereich gegangen wo ich gesagt hätte gut okay komm da kriege ich ganz easy das dunkle ganz ehrlich das ist schade aber gut wie gesagt vollkommen in ordnung passt schon so moris hat ein hunderter er hatte natürlich gute clan troops bei muss man dazu sagen ich meine das ist schon ziemlich geil wenn du da hier richtig schön die riesen dabei hast ganz klar aber muss ich auch wieder ein bisschen es wurde es ist ja ein hunderter geworden das ist ja nicht das thema ach so du hast ich weiß nicht also ich muss ganz ehrlich sagen ich hätte klar wenn man natürlich mit den riesen gleich was clearn kann ist das natürlich eine geile nummer aber ansonsten auch immer gleich dann deine anderen troops noch mit dabei weil dann kann man den gegner ein bisschen mehr ablenken es sei denn halt der hat eine eine luftabwehr die ich wirklich ganz easy knacken kann und fertig das war aber hier nicht der fall deswegen immer ruhig gleich zeitgleich genau wenn du jetzt nämlich zum beispiel den rage hast dann hast du den vorteil dass du gleich mehrere truppen geraged hast aber wie gesagt es ist ja ein hunderter geworden dann ist das ja auch vollkommen in ordnung aber du hast auch einiges an dragons rausgeballert von daher muss man auch wirklich eine gewisse sache haben klar die drachen waren nur level 1 da hält sich das im rahmen aber ansonsten kosten die natürlich auch ein bisschen aleks aber ich meine ganz ehrlich wer 400k gold nach hause bringt der darf auch ein bisschen was für seine troops ausgeben so auch ganz nett und hier unten will ich auf jeden fall noch troops sehen ich glaube das ist sogar das ist nee das glaube ich nicht das wird kein hunderter das glaube ich nee 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 dafür das wäre aber ich dachte ich hätte 100 gesehen aber auf keinen fall also wenn man die truppen sieht ganz klar ist es kein hunderter logisch das wird nichts aber sehr gut gewesen sehr sehr gut gewesen schön noch das Rathaus weggenommen einwandfrei easy peasy und dann ist das ziemlich geil wie gesagt ansonsten muss ich wirklich sagen also klar jetzt kam natürlich von mir nix weil halt wirklich real life vorgeht ganz klare sache aber ansonsten wenn ihr das noch nicht gesehen habt ich werde das in der beschreibung verlinken geht um das video zur neuen wohnung dass ihr das auf dem zweitkanal seht und wenn ihr da einfach immer ja sachen so im real style von mir sehen wollt dann ist das kein thema dann wird das gemacht das soll es erstmal dazu gewesen sein ist nur eine kleine sache hier aber ich denke mal das war eine coole sache dann wisst ihr wenigstens wieder was geht ja was hat sich sonst noch verändert so bei mir in dem bereich ich habe jetzt endlich hier tesla schön auf 4 das ist cool die anderen aber echt noch low ich meine hier den bin ich jetzt auch gerade am ausbauen aber jetzt wirklich dev mäßig muss hier noch was mehr passieren und dann sieht das ganze in ordnung aus bei level 73 auf Rathaus 8 das passt das war es von mir ich hoffe es hat euch gefallen und ja mal gucken ob ich morgen wieder eins raus habe ich weiß es noch nicht ihr haut rein ciao ciao bon